hallo grüße euch also meine bestellung symbol in bearbeitung dauert aber ich habe aber noch in einer mischweiß gefunden das nehme ich jetzt heute mal für meine basisfarbe hier habe aber auch schon was bekommen und zwar möchte ich die mal ausprobieren und dekoart metallic saphir und aquamarine ist das und nehme noch die anderen dazu das ist so mein plan und dann nehme ich schwarzen zell aktivator und dann schauen wir mal was wir dahin zaubern und los geht's und dann machen wir erstmal die Basis Ja, haben wir es gleich. Jetzt können wir einmal die Lochbläschen rauspusten. Irgendwie spinnt das Teil. Ja, weil das länglich ist, dachte ich mir vielleicht, obwohl wir könnten doch eher ein Swipe machen. Jawoll, also machen wir einfach hier so diagonal nochmal ein bisschen Farbe, das Kissen. Und Dekoart verwende ich jetzt pur. Wo war der Plan? Na, wo ist mein... Jetzt haben wir die Metalliclauch. Papier. Und nochmal von diesem schönen Smaraz. Und dann nehmen wir, das ist jetzt allerdings Electric Pink heißt das. Es ist nicht metallisch schimmernd. Ach so, da ist immer noch dieses Plastik. Moment. Jetzt. Das setzen wir mal einfach hier in die Mitte. Und hier nochmal. Ich überlege gerade. Ich möchte hier nochmal von dem Blau in der Mitte haben. Guck mal. Ich habe den schwarzen Zeltaktivator angerührt. Ich werde das mal wieder ran lassen. Oder da. So. Cool. Super. Man muss aufpassen mit dem schwarzen, der überdeckt recht viel, da darf man nicht zu viel nehmen. Super! Na, kommt man! So, jetzt machen wir hier nochmal. So, jetzt machen wir hier nochmal. So, jetzt machen wir hier nochmal. Cool! So, ich drehe einmal rum. Kann ja das auch sehen. So, zur anderen Seite wird es wahrscheinlich ein bisschen das blaue Meer zum Vorschein kommen. Ach, wir machen das doch so. Okay. Ich zeige dir gerade, okay. Ja, jetzt schimp change. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Ich möchte das gar nicht zu sehr schwenken, weil das entwickelt sich immer noch weiter. Da poppen immer noch Zellen hoch. Und das sieht richtig cool aus. Ich habe, ich könnte, ich könnte, ich könnte, ich könnte, ich könnte, wo ist das hin? Ich möchte, wenn ich denn hier, aber ich möchte, Vielen Dank. Vielen Dank. Das sind schöne Effekte. Hatte ich das schon? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das sieht cool aus. Hammer. Ich zeige es euch gleich mal. Ich zeige es euch gleich. So, warte mal, da haben wir schon. Das sieht süß aus. Cool. Ich zeige es euch mal von der Nähe. So, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. So, ich zeige es euch mal. Guck mal. Ich zeige es euch 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 mal. Oder wie ist das? Vielen Dank.